Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich gehen heute die Tegelbergrunde. Diese Wanderung hat etwa 17 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann bleibt dran. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.